Sie sind schon dreimal beim großen Kastlruter Spatzenfest mit über 15.000 Besuchern aufgetreten oder beim Grand Prix der Volksmusik. Sie sind der Schlagerexport aus Südtirol und heute haben wir sie importiert hier nach Park Grießbach. Herzlich willkommen, Sunrise, Anno und Florian. Dankeschön, schön, dass ihr hier seid. Ja, ihr habt auch ein paar Kilometer hinter euch, ne? Wo kommt ihr genau her? Aus Südtirol, genau, also in der Umgebung von Brixen. Ja, wir freuen uns auf euch, dass ihr heute hier seid und euer Schlagertrophie-Beitrag heißt eine Lüge für die Liebe. Unsere Startnummer 7, meine Damen und Herren, Sunrise. Er liebte sie so tief, doch er war ein armer Mann und dann schrieb er ihr diesen Brief. Sie konnte es einfach nicht verstehen, denn er schrieb, es ist aus und er will sie nie wieder sehen. Es war nur eine Lüge für eine Liebe, so als ob ein Stern vom Himmel fällt. Doch die Zärtlichkeit bleibt, weil im Spiegel der Zeit nur die Sehnsucht zählt. Es war nur eine Lüge für eine Lüge für eine Liebe, denn es gab für ihn auf dieser Welt nur diesen Traum, dass sie glücklich wird, auch wenn er verliert. Sie hat erst sehr geweiht, doch sie dachte irgendwann, das kann nicht die Wahrheit sein. Sie lief hin zu ihm und dann Es war nur eine Lüge für eine Lüge für eine Liebe, so als ob ein Stern vom Himmel fällt. Doch die Zärtlichkeit bleibt, weil im Spiegel der Zeit nur die Sehnsucht zählt. Es war nur eine Lüge für eine Lüge für eine Lüge, denn es gab für ihn auf dieser Welt nur diesen Traum, dass sie glücklich wird, auch wenn er verliert. Es war nur eine Lüge für eine Lüge für eine Lüge für eine Lüge, so als ob ein Stern vom Himmel fällt. Es war nur eine Lüge für eine Lüge für eine Lüge für eine Lüge, denn es gab für ihn auf dieser Welt nur diesen Traum, dass sie glücklich wird, auch wenn er verliert. Nur diesen Traum, dass sie glücklich wird, auch wenn er verliert. Weiter im Rennen um den Gesamtsieg ist als dritter Sieger mit 12,69 Prozent bei Gute Laune TV und bei unserem Publikum hier im Chursaal mit 8,6 Prozent. Dritter Sieger ist Andrea. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch! Mit wellender Freundschaft! Unser zweiter Sieger mit 7,25 Prozent beim Internetvoting bei Gute Laune TV und mit 24,93 Prozent heute hier beim Voting im Chursaal von Bar Griesbach. Der zweite Sieger heißt Carina. Gratulation! Glückwunsch! Auf Platz 1 heute und damit in der großen Finalshow am 9.11. auch hier in Bar Griesbach ist mit 24,65 Prozent im Internetvoting und mit 9,82 Prozent heute hier im Chursaal Sieger des zweiten Vorentscheids ist Sunrise! Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Sunrise, meine Damen und Herren! Applaus für unsere drei Sieger, aber für alle natürlich! Ja, das war's auch schon wieder, liebe Zuschauer zu Hause. Das war der zweite Vorentscheid der Schlagertrophy 2013. Wenn Sie mögen, bis bald zum dritten Vorentscheid. Machen Sie es gut. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, Servus, auf Wiedersehen! Applaus Vielen Dank.